Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Battlefield 3 Multiplayer, Squadrush auf Damawand Gipfel. Was machen wir? Also ich hole schon mal die M5K raus. Deren Neonatore und Istanbul sind rübergegangen und ja, die werden gegen uns jetzt spielen. Ja, Deren, du bist ein Arschloch. Ich hab nichts davon gesagt, dass wir hier ein Let's Play machen, ey. Ja, jetzt ist es zu spät. Jetzt ist es zu spät. Warte, ich leg C4 am Endkopf. Hauptsache, du snipest nicht rum, ne? Warum? Weil das kein Noob Let's Play werden soll. Das soll jetzt ein richtig geiler Let's Play werden. Das bedeutet, bring deinen Arsch herunter, damit ich nicht abknallen kann. Mach doch eh, keine Sorge. Mit einem Sniper. Dann kommst du drauf. Suchen wir den Neonatore. Na, das darf nicht wahr sein. Mit einer Rex. Alter, mit einer Rex. Das darf nicht wahr sein. Du hast ihn. Der Neonatore, der ist in der Nähe. Weiß ich. Der schleicht sich gerade. Jetzt packe ich auch die Sniper aus, willst du das? Nee, tut mir nicht. Okay. Ich weiß, wo du bist. Wo ist er? Was ist er? Der ist bei den Bergen. Oben. Irgendwo. Hopp markiert. Der firmte meine P90. Ich bin jetzt im Heerung damit, ne? Ich bin froh, dass ich die Pistole nicht ausgefuckt habe. Ja, sei froh, Neo. Dass er die Pistole nicht abgepackt hat. Alter, jetzt machen die auch noch mit MAV-Drohne. Das war ja mal. Was war das denn? Was tut das mit MAV-Drohne? Nein. Alter, der geht mir jetzt auf den Sack. Wer denn? Ist ja Istanbul. Warum denn? Er will scharf machen. Neo-Rider. Uh, so schön. Alter, hab ich mich selbst getötet. Na klar. Warum muss er mit einer Rex spielen, Alter? Warum nicht? Weil es eine gute Waffe ist, verdammt. Was wird das hier schon wieder für ein mieser Let's Play hier? Und du lach nicht. Du hast ja noch keinen Kill gereist, ge-ge-gemacht hier. Ja, nur einen. Wie sitzt du dir? M320. Ich sag's dir. Du bist tot. Alter, ich hatte den doch gesehen. Ja, da musst du schießen. Ja, das sind jetzt drei Gegner. Macht nix. Wir sind jetzt auch zu dritt. Ich mach jetzt wirklich C4 dran. Wirklich? Bist du so'n Böser? Der C4 am M-Komp. Ich warte, bis du da stehst. Ja. Wird nie passieren. Ja, Hauptsache du stehst irgendwo in... ...auf irgendeinem Berg und snipest, ne? Genau, das werd ich jetzt machen, ne? Alter, jetzt komm her. Okay, Jungs, wir ziehen uns zurück. Ja, natürlich. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, geht's hier. Vier gegen vier. Rock Rush ist schon was Schönes. Da fällt gerade C4 runter. Ja, ist nicht so mein Fall, irgendwie. Ich bin lieber so nicht mehr... ...wissig. Ah, ist ja nie, Opa. Ja, ja, ne? Gutes Verschleck, ja. Dann kann man auch noch in den Dach. Ach, naja, die KH 2002 ist halt geil. Ja, auf jeden Fall. Na, tolle Waffe. Aber die AN ist auch nicht schlecht. Ja. Die echt zahle. Okay, wir haben C4 Platz hier. Ja, Neo, ich hab jetzt, äh, dank dir meinen zweiten Service da mit der KH gemacht. Ach so. War mir eine Freude. Ja. Sollte dir eine Ehre sein. Alter, du, du Camper, du. Ich bin kein Camper. Ich hab da jemanden gesehen, der war an Roman Rennen. Und hatte fast kein Leben mehr. Und da hab ich mir gedacht, Och. Tötung war da, oder? Du bist auch mein Dorf, ne? Hä? Wie ist das jetzt gegangen? Ey, hast du's abgeschossen? Ja, der Hero, der hat mich jetzt... ...verdacht. Das ist, ey. Auch noch schlecht. Okay, die versuchen bei A hier reinzukommen mit C4. Wir haben keine Munition. Ja. Hier ist die Munition, Mann. Da kommt'n bei mir keiner. Da musst du dich ein bisschen bewegen. Ich kämpfe ja nicht, ich patrouliere. Ja. Praktisches Warten, gell? Ja. Und außerdem, irgendjemand muss ja auch einen anderen Eingang sichern. Abfasst, ich zöne jetzt das C4! Alter. Finde ich auch schon schlecht. Nee, das nächste Spiel, ey. Ah, ich frag mich schon zu, Battle Street 4. Es ist so weit! Ha, 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 ist tabu. Ficker, hab dich geholfen. Jetzt bist du wer. Naja, jetzt bin ich wieder hier. Und Neoradar widerbläht mich nicht. Das ist natürlich ganz toll. Ja, wenn du am Arsch der Welt liegst, kann ich nicht mehr. Bei der Hero geht die Verlust am Sankt. Achtung, der Pfeiler hat eine Sprinkladung scharf gemacht. Die Entschärfe. Gibst mir bitte mal weg. Da geht Gott scheiße, da kommen wir schon hoch. Achtung, wir haben eine Sprinkladung eliminiert. Over. Sanate fliegen! Alter. Ah. Triple kill. Hab's doch gesehen. Nein, hab ich zu spät gesehen. Der macht scharf, ne? Die Kits sind aus. Ja, Leute, es hat mich mal wieder gefreut. Ab dem nächsten Let's Play sage ich euch, ich werde nicht die M5K benutzen. Versprochen. Ja. Na gut, Leute. Bis zum nächsten Mal, würde ich mal sagen. Jetzt wäre die Zeit. Genau. Und bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.